Das ist eben das Motto des internationalen Deutschen Turnfestes. Nicht nur hier bei uns am Brandenburger Tor und den vielen Sportstätten, sondern natürlich auch gerade zum Wochenende beim Karneval der Kulturen. Es kommt ja in Berlin immer einiges zusammen. Und viele, gerade die Gäste, die Veranstalter des Karnevals der Kultur, die freuen sich auch, wenn ihr dort auch mal vorbeischaut, wenn ihr zwischen den Wettkämpfen ein bisschen Zeit habt. Auch eine tolle Veranstaltung. Und da hören wir auch schon die Trommel des ersten Spielmannsflusses. Und vielleicht begrüßen wir mal mit einem großen Applaus unsere internationalen Gruppen hier in Berlin am Brandenburger Tor. Schön, dass ihr da seid. Und wir sagen Dankeschön der musikalischen Unterstützung. Der Turnspielmannszug aus Großdüngen. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid, dass ihr hier Musik macht. Großdüngen, wo mag das wohl liegen? In Bad Salz-Detwurt. In der Nähe von Irnesheim. Also, wie wir alle erkundlich doch gut drauf sind, wissen, in der Nähe von Irnesheim.